Den Spruch kennen wir auch schon. Der schon wieder. Max Trenton. Sie sollen ein fantastisches Rezept für Schokoladentafeln mit Kaffee bekommen haben. Ich sage Ihnen was. Ich erwarte Sie in vier Wochen. Wenn Sie dann 20 Kisten Schokoladentafeln mit Kaffee für mich haben, tausche ich Sie gegen ein wertvolles Rezept für Schokoladentafeln mit Pfefferminz. Was halten Sie davon? Ja? Ja? Ja, und wie treffe ich dich in vier Wochen wieder? Der lustige Mann. Das war naht ein Zimt-Schoko-Dings, hat er mir erzählt gerade. Naja, gut. Dann reisen wir jetzt erstmal weiter und sammeln wieder unsere Ladung. Das produzieren wir in San Francisco. Zimt-Schoko-Wiegel. Mh. Die Milchschoko-Wiegel. Ja, ne. Die hier, genau. Naja, achso. Das ist ein bisschen zu viel. Vier Wochen. Oh Gott. Hoffentlich ist der dann auch da. Schauen wir mal. Oh. Oh 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 oh. Hier gibt es gar keinen. Oder hier? Nein. Hier kann ich niemanden treffen. Wie soll ich ihm das denn verkaufen? Oh oh. So. Das fand ich gut. Ich glaube, wir haben ihn dann verärgert und er würde uns kein Rezept geben. Aber jetzt ändern wir erstmal hier das Rezept und nehmen hier die Mandeln. Und machen mal wieder Schokolade. Zweimal Mandeln, einmal Kakaobohne und einmal Zuckerwaffel. So, ähm, Zuckermandel, Mandel, Bohnen, Mandel, Bohnen, Mandel, Mandel. Zucker, Mandel, Mandel, Zucker, Brunner, Zucker, Mandel, ähm, Mandel, Mandel, Brunner, Brunner, Mandel, Mandel, Brunner, äh, so. So, ups. Okay, ich. So, nochmal Mandel. Ich bin so schlecht Wieso bin ich so schlecht Ich verstehe es gar nicht Vielleicht sitze ich einfach ein bisschen zu nah dran Ich sitze jetzt etwas näher dran als sonst Und vielleicht ändert das die Sache schon so So Aber ich glaube ich schaffe Sogar mehr Kisten als sonst Ähm Ja, jetzt müssen wir noch irgendwo was finden Wo wir den treffen können Bin ich in Agra, aber es ist leider eine Woche zu spät Oder nicht Hier Achso, das stört mich nicht, dass wir eine Woche zu spät dran sind Oder doch Haben wir keine 20 Schokoladentafeln mit Kaffee? Kaffee-Schoko-Regeln Achso Schokoladentafeln für mit Gegen die Kisten Schokoladentafeln mit Kaffee Schokoladentafeln mit Kaffee Schokoladentafeln mit Kaffee Das ist nämlich das, worauf ich am Anfang gesprochen habe Dass die... Ach nein Das will ich doch gar nicht Pause Da ist sogar eine Läuterung dabei Ja, ja Okay, dann müssen wir das halt erleben Dass ich mich hier voll verklickt habe Und dass ich jetzt die falsche Schokolade produziere Ich bin verpeilt Ich bin verpeilt So So Am besten sage ich mir das wieder Weil dann Habe ich eigentlich immer ganz gut Betroffen So Ähm Da kommt mal eine Bohne rein Keine Bohne rein Boah, ist das lang Ähm Okay, wunderbar Ähm Wir haben acht mal daneben geschossen Also Rezept ändern Ich habe auch keinen Bock drauf Schokoladentafeln Mit Kaffee Ja Schauen wir nochmal nach Schokoladentafeln mit Kaffee Okay Okay Der will Schokoladentafeln mit Kaffee haben Für ein neues Rezept Ja, das ist ja noch eins von den einfachen Rezepten Und ganz am Anfang Das geht ja noch super easy Ähm So Das und das Das Klar Ah Dürften ja noch richtig viele bei rauskommen Schauen wir mal Ähm Der Diäte ist sich noch alles ziemlich schnell Da hat man noch nicht so das Problem, dass man nicht, ähm Musst So wo die ganze Kacke Hinkommt So Da Da Hölf noch Eins rein und da auch Und da auch So Und hier Und hier und hier Und da Und da Das war jetzt zu spät Das war jetzt zu spät Aber hier produziert man dann noch richtig viele Kisten Neun zum Stück Und er braucht so und so viele Also reisen wir jetzt einfach nochmal Ähm Nach Quinto Ja Schön, dass ich dich permanent treffe Und dass es dir auch egal ist, ob ich zu spät dran bin Ähm Anscheinend Ach doch, da hatten wir sie doch Schokoladentafel mit Pfefferminze Die scharfe Minze hinterlässt einen wunderbaren Nachgeschmack Die perfekte Schokolade zum Dessert Und dann können wir auch mal lesen, was bei denen hier stand Kaffee-Schokorie Reichhaltige Schokorie mit Kaffee-Aro Perfekt für Besucher Pfefferminz-Schokorie Duftende frische Minze ist der Schlüssel für dieses köstliche Dessert-Schokorie Mandel-Schokorie Dunkle Schokolade umhüllt Mit Jojong-Knackigem Nougat mit gerösteten Mandeln